Hier sind wir auf der Reisemesse. Hier werden die ganzen Hotels vorgestellt. Das ist unser Reiseleiter, ganz nett, von Ventures. Der zeigt uns alles und führt uns durch die Hotels und über die Messe. Gehen wir dann da vorne rein oder die was? Ja, ich glaube, gehen wir rein. Okay. Hier ist unser Hotel. Hier ist unser Hotel.